So, hey Leute! Heute spiele ich mal wieder den Multiplay von Mass Effect 3. Ja. So, ein bisschen mal schnelles Spiel. Öffentlich alles suchen. Ja, da ich schon lange mich gespielt habe. Und, ja. Da Marco auch gerade nicht durch ist, mir langweilig ist, ich gerade keine Lust auf Minecraft haben. Ich hab gedacht, spiele ich mal Mass Effect 3. Teammitglied verwundet! Oh, ich hab ein Spiel gejoin. Ich hab schon mal gehört. Ah, schon so lange ich mich gespielt, ey. Okay, man, ich hab mal so wenig was. Loll. Teammitglied offline! Ähm, sieben. Ich hab gerade ein bisschen dunkel. Das tut mir leid. Dass ich nicht so direkt reagieren kann. Nein, okay. Was hat denn die Datei gestellt, ey? Auf Gold oder was? Ähm. Muss warten mal kurz. Ah, jetzt hat man vielleicht gesehen. Erfreut mich. Also. Wer gerade beendet, hört er bis. Scheiße. Scheiße. Ach so. Ich weiß, die Tastebelegung nicht ganz. Auswendig. Nur noch ein Feind. Alles gesichert. Gute Arbeit. Der Feind sammelt sich. Ah ja, die Snipe ist Snipe. Die ist jutt. Die ist jutt. Wir haben Informationen, dass sie strategisch bedeutsame Freunde vor Ort. Suchen Sie die Ziele und erledigen Sie sie. Oh. Fuck iti. Okay. Ich bin getrafft. Wir haben immer noch ein aktives Ziel. Beleidung. Ich bin getrafft. Neu. Ah. Kein zwei Lieder, das ist jutt. Einer. Wartann die da noch stehen drin? So, aber. Oh fuck! Leckt mir die Nüsse! Warte! Oh, ey warum? Egal Okay Das hat schon den Dorn, dann nicht so Leckt mir die Nüsse, Leute Ordentlicher Kill, ey Ich bin am Ende! Ich bin nicht schlecht! Ich muss eigentlich zugehen, ich hab schon lange nie mehr gespielt! Richtig lange nicht! Stimmt im Monat bestimmt schon nie nie! DGA im Anmarsch! Kontakt! Okay, hier bräuchte ich hier eine Anna, aber... Oh fuck, ich seh'n ja irgendwo Muni kischt! Alter! Ich will mich jetzt verarsche! Du, du willst mich jetzt hier verarsche oder? Ich kann bestimmt mit Gold stehen! Yes, baby! Ähm, 8 hier! Ich will mich jetzt hier mal in die Snipey, Snapey! Kleiner Spust-Dien! Alter! Leck mir die Nüsse! Alter! Jetzt will ich mal mit dem Deck umgehen! Alter! Okay, das hat bisschen komisch! Uff! Ah, leck! Leck mich! Alter! Ja, ich hätte den jetzt! Ah, leck! Cool! Loll! Ah! Ah! Ich mein die Ego-Perspektive, Han! Wot the fuck, ey! War klar! Yeah! Danke! Nein! Alter, da haben wir Try to grab as much as you can Stop wasting ammo Ich muss das nicht so gut verstehen Liger Okay, wegschneid Ich bin verwandeln Ich bin verwandeln Team mit Kleebord hezer oh man 3...2...2 20 FPS? Check, fops. Ey, ich hab ja so... Nice, auf dem Mainz. War klar. Ah, schau. Ich will nichts an, wenn das gesehen ist, dann ist gut. Wenn das nicht so auch gut. Ja. Ja. Ich kann jetzt sowas mal drauf. Die Mitglieder am Boden. Ich bin vollendig! Die Mitglieder am Boden. Vielleicht muss hier sofort raus, ey, wenn das schon mal bleibt. Gute Arbeit. Von allem. Feindliche Kräfte sind nur noch halbe Truppenstärke. Alter! Feindliche Signale stören unsere Anstrengenkommunikation. Gehen Sie zurück und finden Sie das Gerät. Die Flüge! Setzen Sie uns in Bewegung! Ziel neutralisiert! Los, was? Der Kinn! Der Kinn! Der Kinn! Die Flüge! Die Hälfte der Geräte ist abgeschaltet. Anrufe Team mit Gliedbruch-Hilfe. Sieht auf die Zeitung. So, ja. LOL. Ich hab' ne nicht gesehen. Ganz ehrlich. Das war's nicht meine Runde. Ich bin so schwer. Ich kann hier kein Meter gehen. Ich kann hier gar nicht wechseln, Mann. Uh, das ist doch nicht die Runde. Ich glaub, ich sag gleich schon vorbei. Jawoll. Ah, fuck. Finden Sie diese Geräte und schalten Sie sie ab. Mann. Okay, warum träg' ich jetzt überhaupt noch? Wenn's Spaß macht, haha. Okay, war nicht. Die war das so runde. Hallo. Achso, zuschauen, oh, das stimmt. Das war klar, war mir. War mir sowas nicht klar. Ich hab' 40 Minuten mitgespielt, USB-Kurz, aber egal. Ja. Guck' das hier noch schnell an. 10.000 Gold, äh, Gekloss, Level-Aufstöche, ach jod. Wir haben uns irgendwo noch gespeichert. Bereitschaft der Galaxi, Galaxi? Alter. Zwei Level. Geil. Aber schon Experten. Ja. Würde ich sagen. Schon bequiff. Kraft. 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 Wirklich stimmt. Aufspalten. Zielen. Aha. Drahtentäder. Ach, da kann ich nicht mehr viel machen als im Städtchen. Ja. Äh. Ich weiß noch was. Ich verlasse die Lobby. Äh. Ich jetzt auf. Ja. Vergiss mich nicht auf Twitter. Das Video ist kommentiere, bewerte und alles so. Und. Ja. Vergiss mich auf Twitter. Abonniere, bewerte, kommentiere. Wie auch schon gesagt. Ja. Würde ich sagen. Ja. Sehen wir uns im nächsten Video. Tutorial. Irgendwer war es mir. Keine Ahnung. Scheißegal. Let's, let's. Let's play. Let's play. Ähm. Pizzmead Server. Hier vielleicht. Und. Oder. Tutorial. Quenture Maps. Kann ich jetzt. Mal. Weil hätte man das jetzt. Moment. Vorläufig. Can me. Da ist nicht so gut. Gut. Also. Ja. Sag nicht. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.